so da sind wir schon bei der nächsten aufgabe nämlich du ist platziere ein geist kristall auf dem höchsten berg also ich glaube an diesem höchsten berg da mussten wir schon gefühlt zehn mal landen also ganz kurz ihr seht ich habe die aufgabe auch noch nicht erledigt wir müssen genau hier auf den berg da wo die fahne drauf ist ist halt wie bei mont everest das hat eine fahne oben drauf weil es halt einfach der höchste berg ist in dem umkreis in dem fall hier bei uns auf der map und dann gehen wir einfach hier hin einfach platzieren gehen und haben wir die 24.000 xp wo befindet sich dieser kristall bist jedoch geist kristall genau hier unten rechts unterhalb von katty corner also da wo ihr auch hier unten euch dies gar immer besorgen könnt bei dem bot und genau hier oben da wo die fahne ist ihr seht schon nur damit ihr gerade mal sieht wo ich hier genau bin einfach hier landen kristall platzieren 24.000 xp abholen und in dem würde ich schon mal sagen in danke für den ganzen support wer noch kein like da gelassen hat gern like da lassen wir auch kein abo da gelassen hat gern aber raushauen und dann würde ich sagen sehen uns auch schon bei der nächsten aufgabe und haut rein